Musik 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 3 1 Wir müssen jetzt Dieses Monsterfinden Was den Schlüssel hat Ja aber er meinte was von dem See Aber vielleicht Ist hier in der Nähe Guck mal da ist eine Höhle Kann das sein? Hier unten Hier ist wirklich eine Höhle Scheiße Nein chill mal chill mal Boah ich seh halt Gaaar nicht Ey 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 Seht ihr das? Da ist eine Tür Nein das ist Nein hier ist ein Boss Es kann nicht der Schattentempel sein Der Schattentempel ist da hinten unter der Burg Ist da ja eine Kiste Aua Bisschen Eisen Boah Leute guck mal dieses Loch hier Komm mal her hinter dem Dings Digga wohin führt das Alter man sieht halt einfach gar nichts Hat jemand einen Feuerbogen Oder irgendwie sowas Was Feuer macht Nicht Lava Das geht auch mit Feuer Da hinten sind Bricks Alter das geht da ja wirklich durch Alter ich hab das mit zum Tempel Oder sowas Oder irgendetwas anderes Komm lass erstmal hier den Raum aus checken oder Hier ist Jumping Run Jungs Oh nein Alter Boah Boah Geil Oh mein Gott Was ist hier? Hier ist ein Target Hier ist eine Tür Hier ist ein Target Jawoll Das ist wieder ein Target Das ist noch eins warte mal Hab ihn ich Da hab ihn Da hinten war einer Oh nein die kommt immer woanders Wie in der Blitz geschaut werden Ich geh mal ein bisschen zurück Hier ist nichts Ich sehe auch keinen Da 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 nein Vielleicht unten Ah hier Ah hier Ach da Ich hab das auch gesehen Da Vielleicht war es noch nicht Ah ich kann es von da eh nicht sehen Und hier Hier unten Ich sehe nichts Hast du? Ja Oh Oh Ist aufgebrochen Hier ist ein Knopf Oh Gott Oh hier geht es rein Oh Oh mein Gott Was ist das? Demon King Hier sind irgend Ich hab einen Dämonenbogen Leute hier sind irgend Ich hab einen Dämonenbogen Ich hab einen Dämonenbogen Hier sind Geister Hallo Hier sind Geister Hier ist wirklich ein Geist Na die können nicht machen Ich hab einen Key Einen Key Schau da Ist für Dalton Den können wir da einsetzen Aua Uiuiui Aua Seid ihr bereit Genau Sitzt hier rein Sitzt hier rein Wow Fein Boah ist das in hier Lass mal hier gucken Hier sind wieder Glüffeln Hier sind wieder Glüffeln Guck mal All diese Höhle ist schon krass Uh Uh Uuuuuh Alter was What the fuck What the fuck Wieder sehr viel Moosus Moosus Ey hier liegt eine Schaufel Schau mal Man soll jetzt graben Graben hier Uh Der hat ein Graben frei Hey Ich versuch's Ja Aua Wer war das Ich hab's 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 Oh Ich hab's 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 Hier Fritz Ja der hat das funktioniert Funktioniert Ihr müsst es in die offene packen Hier ist eins hier ist eins Wir haben ihn Boon Hier unten ist noch eins Hier ist noch einer Jetzt kriegst du die volle Ladung mit der Herr Ja Hatte mich vorhin auch Achtung Musesboden Jawohl Die erscheinen immer so nach nem Muster hab ich das Gefühl Hier 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 noch einer Oh nö Doch Maul Ja ja Komm wir haben ihn gleich Wir haben ihn gleich Wir haben ihn gleich Roma nach oben Nach oben Oder? Ja 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 doch das kommt er Der bleibt dort Humba Jawohl Jawohl Ich hab's Ich hab's Ich hab grad das Spiel bestellt Ja Bruder wie denn wenn er nicht die erste abschießt wie soll ich dann dabei das füllen Hier ist wieder eins Nein Der macht nach unten oder? Nein das zählt nicht mehr Doch Nach oben Nach oben Nach oben Ich hab's Ein W ambiente Dino I Der Er ist alles zu своим soda Dino 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 Müsse Die sind die FREIZيت Ja Ja. Wie viel Leben hat der? Ich hab mich getroffen. Hey, vor dir was. Okay, letzte Achtung. Komm, letzte. Ja, let's go! Ja, let's go! Digga, mein Dad kommt die Gatte rein. Ja, der entfeiert mit. Ich hab den Shadow Key! Leute! Hier! Guck mal! Der kriegt so Blut aus, den Augenblick runter. Warte mal. Das war nur ein kleiner Boss? Das war nicht der Endboss. Oh, scheiße.